Wer hat das gewählt? Da holen sie eine so gute Chance raus mit diesem klasse Konter und dann das. No Lito. Da läuft der Ball. Ich weiß gar nicht, der lief für den Ball. Chance! Gute Schusstechnik, aber der Ball geht knapp übers Tor. Jetzt vielleicht. Und ich glaube, da haben sie diese Situation unbeschadet überstanden. Super Tag League. Gute Möglichkeit. Macht ihr ihn! Riesenjubel jetzt da unten. Diesen Treffer mussten sie sich hart erarbeiten. Ja, sind aber auf die ganze Zeit überlegen. Irgendwann musste dieses Tor fallen.